Um sich optimal auf die anstehende WM-Saison vorzubereiten, ist bei den ÖSV-Technikern auch gerne mal ein Gasttrainer willkommen. So besuchten Marcel Hirscher, Manfred Pranger, Wolfgang Hörl und Mark Diegruber-Kurzer am Biathlon-Weltmeister Dominik Landerdinger bei ihm zu Hause im Billerseetal und erhielten im Biathlon-Stadion Hufvilsen eine fachmännische Einführung in den Biathlon-Sport. Unterstützt wurde Coach Landerdinger von Mr. Biertl und Franz Berger. Klar, dass da auch ein kleiner Staffelbewerb ausgetragen werden musste. Ja, Herrli, Pranger meine ich und Marcel hat halt brutal daneben geschossen, aber nein, im Großen und Ganzen waren es eigentlich alle nicht schlecht. Manfred Pranger und Wolfgang Hörl setzten sich schließlich gegen Marcel Hirscher und Kondi-Trainer Paul Schwarzreicher-Choice-Dorf. Das ist super, das sind andere Sportarten, da kann man oft nicht mitreden und da stellt sich die Frage, es gibt es ja nicht, dass der jetzt nicht trifft oder keine Ahnung, redet oft gescheit. Von dem her muss ich sagen, super, wenn du alles ausprobieren kannst. Brutal, also mit dem Puls und so, dass man da dann natürlich trifft und das in der stressigen Phase mit so einem hohen Puls ist schon bemerkenswert.